vom privatgymnasium der herz jesu missionare elisabeth hübel zum thema sollen jugendliche wählen applaus bitteschön sehr geehrte jury ich habe ein blatt papier von mir namen sind darauf freie kästchen und ich weiß alle diese namen gehören einer partei an aber welche soll man wählen welche davon ist die richtige muss ich mich jetzt eigentlich damit befassen es kommen wahlen am 26 5 sind die europawahlen und die gemeinderatswahlen haben wir gerade hinter uns gebracht aber was wählen wir da eigentlich wer tritt da an fragen über fragen um ehrlich zu sein ich habe mich noch nie wirklich mit politik befasst aber jetzt bin ich 16 darf zum ersten mal wählen gehen und sollte eigentlich wissen welche partei ich wählen soll politik war bisher in meinen augen immer eine sache für die erwachsenen ja ich es war einfach uninteressant und ich war davon überzeugt dass meine eltern wichtige entscheidungen oder schwierige entscheidungen in meinem leben immer für mich übernehmen werden und deswegen habe ich mich auch nie wirklich erkundigt welche wahlversprechen die parteien abgeben und für welche ideen sie stehen und dann dann steht man da in einer wahlkabine ganz alleine und soll etwas ankreuzen von dem man gar keine ahnung hat sicher man hat den großen bruder der eine meinung vertritt man hat die eltern mit dem man diskutieren kann ob eine partei gut oder schlecht ist gut oder schlecht liebe schülerinnen und schüler kann man überhaupt sagen eine partei ist gut oder schlecht gut oder schlecht das erinnert mich an gut oder böse und bei gut oder böse erinnere erinnert besondere ich insbesondere ich mich daran dass es in alten märchen in ihrem vorgelesen worden sind die guten und die bösen menschen gibt aber gut oder böse das ist keine entscheidungshilfe für mich die lösung liegt klar auf der hand wir brauchen objektive entscheidungshilfen wichtig für uns alle ist dass wir uns informieren informieren darüber welche positionen die einzelnen parteien vertreten dann müssen wir anfangen zu vergleichen wir müssen anfangen unsere eigene meinung zu bilden in einer demokratie darf es eigene meinung geben und man muss diese auch zeigen ich kann meine meinung zeigen und vertreten indem ich die partei wähle die meine interessen vertritt dafür muss ich aber zuallererst wissen was sind meine interessen und wer vertritt sie das heißt ich muss mich mit politik beschäftigen und auch ihr sollte das tun wollt ihr die entscheidungen über unsere zukunft irgendjemanden überlassen das will ich persönlich nicht dem zufall überlassen an einem samstag habe ich in der zeitung gelesen dass frauen erst seit 100 jahren wählen dürfen und das hat mir persönlich gezeigt wie wichtig es ist auch für uns junge frauen wählen zu gehen damit nicht immer nur die männer alleine die entscheidungen über unser land treffen können es sollte sein dass frauen und männer gemeinsam entscheidungen über unser land und unsere zukunft treffen viele erwachsene und jugendliche gehen jedoch nicht wählen auch wenn sie könnten aber warum ist das so haben sie kein interesse ist es ihnen unwichtig was in unserem land geschieht oder ist es ihnen einfach gleichgültig und deshalb finde ich es umso wichtiger dass wir uns auch im unterricht über die verschiedenen parteien im eigenen land informieren wir jugendlichen sollten uns auch mehr im internet im radio und auch in den zeitungen und im fernsehen uns mit der jetzigen politischen situation auseinandersetzen damit wir wissen wenn es zum zeitpunkt kommt wen wir wählen sollen wem wir unser vertrauen schenken können und wem wir unsere stimme geben unser direktor sagt immer mit weißen worten einen besonderen spruch der mich immer wieder inspiriert wer in der demokratie schläft erwacht in der diktatur mein appell an euch lautet liebe schülerinnen und schüler informiert euch über politik entscheidet was für euch stimmig ist und geht wählen ich danke euch